Herzlich Willkommen zurück bei Del McCry HD Collection, dieser mit Auftrag 21, Leben der Hölle. Da wir zuletzt nicht wirklich so viele Punkte hatten, würde ich sagen, let's go! Okay, das ist mir irgendwie bekannt. Ach, das ist hier doch der Kampfplatz von gerade eben. Das ist ja eh nicht. So, das ist mir die Möglichkeit, den Start zu rück. Genau. Punkt da eben. Klingeln! Nichts, Punkt dabei! Punkt. 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 Das ist für uns reinzettet. 4.800 oder 4.900, die wir jetzt brauchen haben. Was ist jetzt der Upgrade für die Waffe? Vom... Ja, nee, ist klar. Was ist denn hier? Geweihtes Wasser. Na klar, hier. Geweihtes Wasser. Hochinteressant. Okay, die Knochen dort gehen dann auf. Was ist das Ding da? Was ist ein Metall Symbol da? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020